Mit dem Thema bessere Rendite mit cleveren Stops, wofür kann man Stops denn nutzen? Auf alle Fälle natürlich um Risiken zu begrenzen, aber ich sehe es immer wieder, ich kenne das von mir früher an meinen Anfängen an der Börse, ich sehe das heute immer wieder bei Tradern, die ich auch in Coachings begleite, gerade wenn das Thema Angst immer noch im Hinterkopf sitzt, wenn der Schalk der Angst im Nacken sitzt, dann nägt man die Stops am Anfang häufig an Stellen, wo man einfach sagt dem Markt, das ist nicht unbedingt so förderlich für das Trading und deshalb wollen wir uns jetzt einfach mal ein paar Minuten mit dem Thema Stops hier an dieser Stelle beschäftigen und das Thema natürlich für Sie miteinander bearbeiten, dass Sie das Ganze in Ihren eigenen Tradingaufbau, in Ihre eigene Tradingkarriere mit reinnehmen können. Wie immer, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Womit beschäftigen wir uns hier genau in diesen Minuten? Wir schauen mal auf das Thema Drawdowns im Trading. Das hängt alles miteinander zusammen. Nächster Punkt sind die Aufgaben im Risikomanagement. Danach geht es um die initiale Positionsabsicherung. Wir machen danach die Gewinnsicherung, wenn der Trade weitergelaufen ist und wir ziehen ein kleines Resümee über dieses Thema. Das sind die Dinge, die wir hier in Kürze miteinander besprechen werden. Zum Thema Drawdowns. Fangen wir mal mit diesem Thema dran. Was sind Drawdowns? Drawdowns sind sozusagen Verlustserien. Das heißt, Sie traden, Sie machen nicht nur ein Verlust oder zwei Verlust, sondern Sie haben eine ganze Serie 10, 20 Mal immer wieder daneben gelegen. Das heißt, das sind die sogenannten Drawdowns, die ziehen den Trader nach unten. Das sind Verlustserien, die in der Regel jeden Trader auch ereilen. Also ich kenne keinen Trader, der sowas noch nie erlebt hat. Das kommt vor und das muss man einfach mit im Kopf haben. Das heißt, trotz einer funktionierenden Risikokontrolle können diese Drawdowns zu massiven Verlustausweitungen führen. Das ist einfach so. Man kann nicht sagen, ich habe doch meinen Stopp. Ja, na klar, wenn Sie einen Stopp haben, ist das kein Problem. Wenn Sie mit einem Stopp von einem Prozent arbeiten, dann haben 20 Trades nacheinander, die ins Minus gelaufen sind, massive Auswirkungen auf Ihr Portfolio. Da geht richtig, richtig viel Geld zu verlieren, sozusagen den, ich will jetzt nicht sagen den Bach hinunter. Ihr Geld ist ja nicht weg, es hat nur ein anderer. Aber es ist einfach nicht mehr auf Ihrem Konto. So, und das kann dann wirklich in der Abfolge vieler solcher Verlusttrades zu einer massiven Verlustausweitung führen. Das ist einfach faktisch so und das kann man nicht umgehen. Und das Ganze muss unbedingt besprochen werden, auch für die Erstellung des eigenen Handelsplanes. Das sind so Komponenten, die gehören mit rein. Und das kann man auch alles relativ leicht planen. Da braucht man keine teuren Tools zu kaufen. Man kann das einfach auch im Excel machen. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, wie man das beispielsweise im Excel relativ schnell darstellen kann. Sie machen sich hier einfach eine Excel-Tabelle auf und wir sagen einfach, wir haben ein Handelskapital beispielsweise von 10.000 Euro. So, das ist jetzt die Zahl sozusagen, beziehungsweise das, was wir hier an dieser Stelle auch haben. So, was haben wir als nächstes? Warten Sie mal, wir machen das mal anders, dass das für Sie am Ende dann auch schick ausschaut. Hier, wenn wir das Ganze machen oder Sie sich das Ganze auch mitnehmen. Das ist sozusagen der Kontostand. So, dann haben wir hier den Verlust. Den entsprechenden Verlust. So, dann haben wir hier, nehmen wir mal an, wir machen Verlust von einem Prozent. Und dann schauen wir mal, was dann am Ende über ist. So, dann haben wir hier das Ergebnis. So, zack, da rein. So, und jetzt schreiben wir hier sozusagen einfach an dieser Stelle die Zusammensummierung mal rein. Das heißt, wir machen einfach hier entsprechend an dieser Stelle die mathematische Formel, dass wir haben das Ergebnis minus, Klammer auf. So, das ist einfach zu rechnen, dass mal den Verlust durch 100, Klammer zu. So, dann haben wir das Ergebnis. Und hier machen wir einfach die Spiegelung hier drüben hin. Zack, so, da haben wir das. So, jetzt ziehen wir den Verlust hier runter, was weiß ich, auf 10 Mal oder so. So, und dann kopiere ich das mal hier rein. So, ziehen wir auch hier runter. So, jetzt muss ich nochmal gucken, jetzt passt hier irgendwas nicht so genau. Und dann rechnen wir das einfach mal schön mit aus. So, kleinen Augenblick. Das ist jetzt Live-Anwendung. Kopieren. Einfügen. So, passt. So, gut. Und dann hier natürlich das nach unten hin. Und dann sehen Sie, dass die, wenn Sie beispielsweise 10 Failtrades machen, ich habe das jetzt hier nicht nach 5, 4, genau, jetzt passt das nach unten hin. Hier ist dann so, Sie sehen, was hier unten am Ende passiert. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal anschaut hier, Sie sehen bei einem Prozent, was Sie da entsprechend machen können, wie Sie das Ganze relativ einfach sozusagen umsetzen können. Und wenn das Ganze hier, wenn hier beispielsweise 5 Prozent stehen würde, dann würde das das Ergebnis hier entsprechend immer deutlich verändern. Bei 5 Prozent sehen Sie, sind dann nach 10 Failtrades deutlich, deutlich, ist deutlich, deutlich mehr Geld entsprechend vom Konto runtergegangen. Und so eine Szenarioplanung, die können Sie wirklich für sich machen, dass Sie einfach auch mal sagen, okay, machen Sie 10 oder 20 oder Sie haben schon eine längere Trade-Historie, dass wir einfach mal schauen, wie war denn Ihre längste Drawdown-Phase. Und da können Sie das alles relativ einfach an dieser Stelle auch sozusagen miteinander berücksichtigen und das Ganze mit planen. Also Sie sehen, das ist kein Hexenwerk, das kann man relativ schnell auf die Beine stellen mit den entsprechenden Ergebnissen und da auch eine Planung hier an dieser Stelle auch machen. Das heißt, der Tradingplan muss solche Phasen behandeln und Sie können dann dazu ein passendes Regelwerk erstellen, wo Sie sagen, okay, was müssen Sie denn tun in solchen Phasen, damit Sie hier an dieser Stelle sozusagen in Ihrem Trading jetzt nicht in den totalen Ruin hineinlaufen. Also da gibt es Regeln dazu, das können wir an anderer Stelle mal beleuchten. Da können Sie mit gleitenden Durchschnitten arbeiten, wenn Sie unter einem bestimmten Durchschnitt sind, dass Sie da nicht mehr traden oder aber Sie machen sich Wochenplanung, wo Sie dann ab einem bestimmten Punkt mit Restriktionen zu rechnen haben. Also diese Dinge, das können wir in einem weiteren Webinar mal miteinander besprechen, was das Ganze auch geht. Das geht jetzt hier in diesem Bereich zu weit, aber wichtig ist halt für Sie, dass Sie einfach wissen, wenn Sie Drawdowns haben, Sie müssen wissen, was im Portfolio passiert und wenn Sie das wissen, dann bringt das wieder Sicherheit für Ihr Trading, weil Sie da nicht in Panik verfallen, sondern einfach sagen, okay, wie können Sie mit dem Ganzen denn umgehen. Und hier habe ich mal für Sie eine Grafik erstellt, wo wir einfach mal sehen können, wie sieht denn ein Konto aus, wenn man 20 Trades in Folge hat mit bestimmten Risikoeingrenzungen. Das heißt, Sie haben jetzt hier 100.000 mal als Startpunkt und Sie sehen, wenn Sie 20 Verlusttrades nacheinander machen in Serie, dann haben Sie bei einem einprozentigen Risiko pro Trade nach 20 Verlusten von den 10.000 Euro noch 81.000 knapp 800 Euro übrig. Haben Sie 5% pro Trade, dann sind nach 20 Trades nur noch 35.800 knapp 50 Euro offen. Und wenn Sie mit 10% pro Trade arbeiten, dann sind nur noch 12.157 Euro im Portfolio zum Traden da. Das kommt dem Ganzen schon Richtung Totalverlust sehr, sehr nah. Das bringt entsprechend, wenn Sie sowas wissen und sich mit sowas auskennen und das entsprechend in Ihr Portfolio mit aufnehmen, in die Strategie, das bringt einfach Sicherheit, weil Sie wissen, wann Sie einschreiten müssen, dass Sie Ihr Portfolio nicht nach unten traden, weil das wäre fatal, das wollen Sie als Trader nicht. Sie wollen ja wirklich langfristig Geld verdienen. Da bringt das Wissen um Drawdowns auch eine gewisse Sicherheit mit hinein. Welche Aufgaben hat denn nun das Risikomanagement? Weil Drawdowns sind Verluste, Risikomanagement ist ja dazu da, dass man die Risiken im Börsenhandel mit, sagen wir mal, bespricht und auch weiß, was damit zu tun ist. Das heißt, wir bezwecken mit dem Risikomanagement unter anderem zum einen, dass Verluste klein gehalten werden. Wenn wir uns das mal anschauen, Verluste hier mal die Tabelle, ich habe sowas schon das ein oder andere Mal in den Webinaren bemüht. Hier ist mal eine Verlustquote aufgeführt, das heißt Verlust in Prozent von 10 bis 90 Prozent. Wir schauen jetzt einfach mal nach, wie viele Verluste oder wie viele Gewinne denn nötig sind, um einen entsprechenden Verlust mit auszugleichen. Hier bei 10 Prozent, da braucht man nicht viel, das sehen Sie hier. Bei 10 Prozent ist es so, man braucht einen Gewinn von 11 Prozent, ob Sie den jetzt mit einem Trade oder mehreren Trades machen, das spielt ja hier keine Rolle. Aber auf alle Fälle, 11 Prozent Gewinn reichen aus, um 10 Prozent Verlust wieder wegzumachen. So, können Sie dann überlegen, wie viele Trades notwendig sind. Wenn das Ganze bei 20 Prozent liegt, dann sehen Sie, Sie müssen schon 25 Prozent Ertrag machen, um das wieder wegzumachen. Und je mehr hier geht, schauen Sie mal, bei 50 Prozent müssen Sie schon Ihr Portfolio verdoppeln. Wenn Sie bei 10.000 angefangen haben und noch 5.000 übrig haben, dann müssen Sie das Portfolio verdoppeln, um erst mal wieder beim Einstand zu sein. Und wer das Ganze noch viel tiefer zieht, beispielsweise 70, 80, 90 Prozent, Sie sehen, was notwendig ist, um mit dem Rest, der im Portfolio noch übrig ist, erst mal wieder in den Einstand zu kommen. Und das soll Ihnen so ein bisschen verdeutlichen, es ist so extrem wichtig, die Verluste so klein wie möglich zu halten, damit Sie mit Ihren Trades vernünftig auch weiterarbeiten können. Das soll man so ein bisschen diese Folie hier an dieser Stelle mit verdeutlichen. Und das Nächste, was das Risikomanagement auch machen kann, das Risikomanagement kümmert sich hier nicht nur um die Verluste, sondern ein Teil des Risikomanagement sind auch die Positionsgrößen. Dass Sie mit dem Risikomanagement auch die Größe Ihrer Position beeinflussen. Zum Beispiel kann das gemacht werden mit einer Average True Range. Die Abkürzung hier ist sozusagen die ATR. Und die ATR, die behandeln wir jetzt noch einmal etwas deutlicher, weil man kann die Average True Range entsprechend auch mit den Stops bearbeiten. Sie können sich übrigens hier in die Charts einfach die ATR reinlegen. Also egal, ob Sie jetzt mit dem Stereo Trader arbeiten oder ob Sie beispielsweise hier mit dem normalen Meta Trader arbeiten. Sie haben die Möglichkeit hier die Average True Range in den Markt reinzulaufen, indem Sie den entsprechenden Navigator öffnen. Steuerung und N beziehungsweise, jetzt muss ich mal kurz gucken, weil da oben mache ich es nicht so oft auf. Wir haben hier irgendwo die entsprechenden Navigator Felder mit drinnen. Ich finde jetzt auf die Schnelle nicht. Ich bin manchmal so ein Fan von diesen. Hier haben wir es in Ansicht Navigator, Steuerung N. Das geht für mich schneller, wenn ich das mit der Maus und der Tastatur machen kann. Deswegen hier. Also N ist der Navigator, die Marktübersicht, wo wir die ganzen Symbole führen. Das ist Steuerung. Und M finden wir alles hier im Ansicht. Wie schon gesagt, das können Sie sich hier öffnen. Und da finden Sie hier entsprechend die Average True Range, die ATR. Die können wir hier einfach in das Feld hineinziehen. Jetzt muss ich nur mal gucken, irgendwo ist das zweite Fenster verschwunden. Weil im Normalfall, wenn Sie das hier reinziehen, kommt ein Fenster. Und dieses Fensterchen sehe ich jetzt gerade nicht. Das steht irgendwo versteckt. Ah Mist, das ist bestimmt jetzt hinter dem entsprechenden, hinter meiner Präsentation im Feld mit drinnen. Mal gucken, ob ich das wegkriege. Kleinen Augenblick. So. Möglicherweise ist es hinter der Präsentation einfach versteckt. Ich gucke mal ganz kurz. Ich suche Ihnen das mal schnell raus, dass wir das hier an dieser Stelle finden. So. Einmal. Das nehme ich mal kurz hier rüber. So. Jetzt nehme ich nochmal die ATR kurz rauf. Ja, ich vermute, es ist dahinter. So. Warten Sie mal. Ich mache mal kurz Folgendes. Ich gehe mal dahin. Wir sind auf Folie 12. So. Wo ist es? Es ist aber nicht zu sehen. Nee. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Das ist manchmal so, wenn die Bildschirme, wenn man so eine Übertragung macht, dann schieben sich die Bildschirme manchmal auf eine andere Stelle. Und da sehen Sie dann entsprechend bestimmte Felder nicht. Ärgerlich jetzt in dem Moment. Das tut mir für Sie alle leid. Aber ich habe das ja in der Präsentation für Sie auch vorbereitet. Das heißt, hier gehen wir nochmal in die Präsie rein an dieser Stelle. Schauen Sie die ATR-Stops an sich. Wir kommen gleich drauf, wie das anschaut. Die ATR-Stops dienen sozusagen, wenn Sie die Position jetzt absichern durch einen ATR-Stopp, die dienen der Anpassung der Stoppschwelle an die aktuelle Schwankungsbreite. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise einen Markt sehen, Sie sehen es ja hier sehr schön. Wenn Sie sich mal die Kerzenbreiten oder die Kerzentiefen anschauen und dann mal die deutlich längeren Kerzen anschauen, dann sehen Sie halt sehr, sehr schnell mit einem Blick, dass wir hier die Situation haben, wo wir einfach sagen können, okay, wir haben jetzt hier definitiv eine Zunahme der Range, der Tagesrange in diesem Bereich. Und das muss hier an dieser Stelle natürlich auch immer mit Bewegung finden. Also, hier die Average True Range kleiner als hier. Das sehen Sie mit dem ersten Blick. Die Average True Range macht es halt ein bisschen einfacher, das Ganze zu berechnen. Aber mit dieser Schwankungsbreite können Sie halt Einfluss darauf nehmen, wie weit der Markt hier weg ist. Niklas, ich habe das gesehen, ich sehe nur leider gerade nicht, auf welchem Monitor bei mir das ist. Manchmal verschieben sich nämlich die Monitore. Ich habe vier Monitore und bei der Umschaltung geht es manchmal auf eine Stelle, wo der Monitor gerade nicht ist. Passiert manchmal. Deswegen, ich kenne das Thema schon, das kriege ich nachher wieder geregelt. Nur jetzt fehlt mir das Feld hier vor uns, war es da. Ja, jetzt ist es weg. So, hier zurück zu den ATRs. Also, Sie sehen das hier anhand der Kerzen. Und der ATR-Stop, der ist dann sozusagen da, oder der bringt Sie in der Situation, dass Sie hier Ihren Stopp nicht in die Schwankungsbreite des normalen Marktes legen. So, im Standard haben wir hier 14 Perioden. Im Intraday Trading arbeitet man häufig auch enger mit Perioden von 5 bis 7. Das können Sie entsprechend definitiv auch einstellen, um das Ganze hier zu machen. Und dann wird das Ganze nicht einfach so 1 zu 1 übernommen, weil Sie wissen das ja auch selbst, wenn wir hier im Chart Marken haben, die wirklich leicht erkennbar sind. Beispielsweise solche Punkte hier, wo so ein Korrekturtief ist. Das sieht halt jeder und man weiß halt, dass dort häufig Stops auch liegen. Und aus diesem Grund werden dort Stops häufig abgefischt und danach läuft der Markt einfach wieder nach oben. Und das ist dann halt ärgerlich, wenn sowas entsprechend passiert. Das heißt, an der Stelle ist es halt auch deutlich interessanter dann zu schauen, was kann denn hier besser gemacht werden. Das heißt, man legt den Stopp da etwas drunter. Und da gehen wir hier mit der Average-to-Range auch ein, dass wir hier eine Multiplikation mit einem Faktor 1,25 bis 2 so grob über den Daumen machen. Wichtig ist hier, je größer der Multiplikator ist, so hat sich das in der Trading-Zeit entsprechend auch für gut befunden, je größer der Faktor ist, je größer sollte auch Ihr Handelszeitraum sein. Das heißt, dass Sie in den kleineren Zeitenheiten oder in einer kürzeren Trading-Periode eher den kleineren Faktor nehmen. Und wenn Sie den Markt über einen längeren Zeitraum betreuen, beziehungsweise traden möchten, dann gibt man den etwas höheren Faktor an dieser Stelle. Damit haben Sie nämlich etwas Raum für kurze Anormalitäten, wenn wir plötzlich Spikes in den Kerzen sehen, dass Sie mit einer kurzen Ausweitung nicht wirklich gleich rausgeschmissen werden. Also so sieht das Ganze mal aus hier. Das habe ich für Sie gestern gemacht. Das war mal die Entwicklung der Average-to-Range mit den fünf Perioden im 15-Minuten-Chart des DAX. Und da sehen Sie halt, wie das Ganze auch schwankt. Und deswegen, da sehen Sie halt innerhalb dieser Zeit, wie gut es ist, dass man sich hier die Schwankungsbreiten auch immer mit zurate zieht, wenn man einen ATR-Stop macht, damit man halt auch sehen kann, okay, wie geht es denn los. Gucken Sie sich das mal an. Hier logischerweise über die Nacht hin nimmt die Schwankungsbreite ab und morgens hier, wenn der Handel morgens langsam wieder losgeht, da geht die Schwankungsbreite deutlich nach oben, um dann im weiteren Tagesverlauf erst mal wieder abzunehmen. Sie sehen das auch hier. Das ist häufig, das sieht man sehr, sehr häufig. Frühmorgens geht es dann erst mal hoch, hier an dieser Stelle bis nach oben und danach flacht das Ganze wieder etwas ab um die Mittagszeit und dann geht es wieder nach oben, wenn die Händler wieder reinkommen und gegen Abend, dann, wenn der Handel zu Ende geht, dann geht die Volatilität Stück für Stück auch zurück, einfach weil auch das Geld im Markt fehlt, um das Ganze hier miteinander zu bewegen. Also hier mal ein Bild, wie Sie das Ganze mit den Stops auch regeln können. Das heißt, die initiale Stopp-Absicherung über die ATR, also die Schwankungsbreite vom Markt, habe ich ja mittlerweile besprochen. Eine zweite Möglichkeit ist, dass Sie Handelsszenarien schreden. Das heißt, Sie können ja bestimmte Szenarien entwickeln, beispielsweise einen Ausbruch aus einer Korrektur oder Umkehrformationen. Wenn Sie sich jetzt beispielsweise mal einen Chart anschauen und Sie haben hier ein Korrekturmuster aus einer Range beispielsweise, das hatten wir gestern Morgen auch im britischen Fund, das zeige ich Ihnen gleich. Dann haben wir hier, ich mache es mal gleich im Chart rüber, das wird dann interessanter für Sie. Also wenn wir beispielsweise eine Range haben, so jetzt gehe ich mal kurz hier rein, was hatte ich gestern gesagt? Das Cable, genau. 15 Minuten, mache ich mal auf. So, hier haben wir eine Range. Mal wieder eine. So, schauen wir mal. Hier haben wir jetzt eine Range. So, die werte ich jetzt nicht, ist einfach die Range. Die Range ist da. Overnight Range, schön flache Geschichte. Feine Sache. Läuft. Flach, wunderbar. Szenario, Trading, Ausbruch aus der Range. Wenn das ganze Ding jetzt nach oben oder unten laufen sollte, muss man einfach schauen, was kommt. Da gehe ich jetzt auch nicht drauf rein. Aber das Ding ist jetzt erst mal ein Szenario. Szenario heißt halt, wir haben hier den Range-Ausbruch. Der Ausbruch von gestern, den hatten wir hier drüben, ein bisschen kleiner, kurzen Augenblick. Hier, das war die Range, die wir gestern besprochen hatten. Hier haben wir die Range, die wir heute besprechen können. Die ist jetzt da. Szenario-Planung heißt in diesem Moment, was passiert denn, wenn das Teil nach oben oder unten geht? So, das heißt, man guckt halt in den Ausbruch rein. So, und der Ausbruch, der passiert in irgendeiner Art und Weise. Und da schaut man einfach, wie sichert man sich denn am besten ab? Wo kommt man denn am besten rein, dass man nicht gleich rausfliegt? So, und in dem Moment hier, wenn beispielsweise die Range flach genug ist, dann können Sie halt einfach sagen, okay, die Range ist jetzt flach genug. Wir können uns beispielsweise hier oben absichern. Wie Sie sehen, auch viel Luft ist hier nicht. Heißt, Stopp hier oben drüber, wenn es short geht. Und dann geht das Ganze hier unten rein. Es muss immer zum Risiko paschen. Die Range darf nicht zu groß sein. Das passt. Aber ich möchte einfach mal auf das Prozedere eingehen. So, hier haben wir dann das Szenario. Wenn der Markt nach unten getriggert wird und oben drüber rausfliegt, dann haben Sie da nichts mehr zu suchen. Weil dann ist das Szenario einfach gestorben. Punkt, ja. Oder aber, anderes Beispiel. Sie gehen mit einer Umkehrformation in die Long-Richtung. Nehmen wir mal an, hier Beispiel hier unten. Wir haben hier unten in diesem Bereich eine schöne Umkehrformation. Wir sehen hier ein Tief, wo der Markt schon wieder ein Stück nach oben gekommen ist. Hier war dann der Umkehrstab der Grüne mit seiner Bestätigung. So, wenn Sie das Ganze nehmen und sagen, gut, hier haben wir die Situation gehabt, da wollen wir rein. Dann können Sie dieses Szenario traden. Und wenn Sie dann sagen, okay, das Szenario ist gestorben, wenn wir unter dieser Kerze laufen, weil das war jetzt diese Kerze, die das Szenario gemacht hat, dann kommt der Stopp hier unten drunter. Und wenn wir da drunter fallen, dann gibt es da nichts mehr zu machen. Dann ist das Szenario gestorben, weil die Long-Richtung ist weg. Punkt. Das ist das Thema Umkehrformation, zum Beispiel bei einer Long-Umkehr. Die haben wir hier gehabt, ja. Da kommt der Stopp dann direkt unten drunter. Hier habe ich das für Sie auch mal mit vorbereitet, mit der Umkehrformation Long, beziehungsweise aus der Korrektur heraus. So sieht das aus. Hier hat man beispielsweise die Overnight Range. Hier gab es entsprechend den Ausbruch, Korrektur, Schub nach oben. Wer jetzt hier reingegangen ist, kann sagen, gut, hier hatten wir nochmal einen leichten Rücksetzer. Wenn das Ding hier nach unten abverkauft wird, ist das Teil erledigt. Das heißt, da musste man sich nicht am Ende der Range absichern, sondern hat noch einen früheren Punkt bekommen. Und danach ging die Reise hier auch nach oben. Wenn wir aber hier drunter gelaufen wären, dann wäre dieses Szenario erst mal weg gewesen, weil wir halt gesehen haben, da kommt keine Stärke mehr in den Markt rein. Und dann ist das grundsätzliche Szenario, wenn Sie das so geplant haben, einfach weg und fertig. Ja, da sichern Sie sich hier entsprechend dann auch ab. Und dann, wenn die Position läuft, geht das natürlich auch ein Stückchen weiter. Wir haben die laufenden Positionen und die laufenden Positionen nutzen wir dann natürlich. Ich sehe gerade, der Norbert ist auch mit reingekommen. Ich grüße dich, Norbert. Schön, dass du hier auch mal reinschaust und neugierig bist, was ich hier so treibe, zusammen mit Ticken. Also hier, Thema Stopp-Nachzug. Wozu nutzen wir denn den Stopp-Nachzug? Wir nutzen den Stopp-Nachzug zu zwei Dingen. Nummer eins, im Optimalfall, wenn der Trade angelaufen ist, erst mal, um die Gewinne zu sichern, beziehungsweise, wenn der Stopp doch ein Stückchen weiter weg ist, dass man die Risikoreduzierung machen kann. Einfach das Anfangsrisiko ein bisschen kleiner machen, wenn es der Markt hergibt. Wichtig, bevor Sie über den Stopp-Nachzug nachdenken und den nicht zu nah ranziehen, für manche Setups ist es gut, wenn man am Anfang dem Markt noch mehr Zeit zum Durchatmen gibt, ist die Frage, was wollen Sie denn traden? Wollen Sie bloß ein kleines Stückchen traden? Beispielsweise hier einen kleinen Schub nach oben, bis an eine bestimmte Stelle. Oder wollen Sie einen Trend traden, den Sie sehen? Wenn wir uns das Ganze hier in den fünf Minuten mal anschauen und Sie sagen, gut, ich will jetzt den Trend hier traden, solange wie er dauert. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Ansätze, die man hier hat. Und aus diesem Grund braucht es die grundsätzliche Frageklärung, was Sie traden wollen. Und wenn Sie diese Frage beantwortet haben, dann können Sie entsprechend natürlich an dieser Stelle auch schauen, dass Sie hier sagen, was soll getradet werden? Zum Beispiel, Sie wollen einen ganzen Trend traden. Oder Sie wollen nur eine Korrektur eines Trends traden. Oder Sie wollen eine Bewegung traden. Einfach einen Schub traden. Dann hat das natürlich immer Auswirkungen auf das Thema Stopp-Nachzug. Das heißt hier, der Stopp-Nachzug wird dann gemacht an zum Beispiel markante Korrekturpunkte im folgenden Trendverlauf. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, hier in diesem Markt. Jetzt haben wir ja hier einen Trend. Und wer jetzt beispielsweise hier eingestiegen ist, reines Beispiel, der macht seinen Stopp-Nachzug. Also Initialstopp beispielsweise hier oben in diesem Bereich. Also hier beziehungsweise hier. So, da der Initialstopp. Das mache ich mal kurz weg. Das wollte ich nicht haben. Wir wollen das haben. Also Initialstopp. Ich hätte den Initialstopp jetzt hingelegt, wenn ich nur den Schub nach unten traden wollte. Man kann den auch hier oben hinlegen. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk. Das muss immer zur aktuellen Strategie passen. Wir schauen jetzt uns aber mal den Stopp-Nachzug an. Das heißt, der Stopp-Nachzug funktioniert, wenn man beispielsweise markante Punkte nehmen möchte. der nimmt dann halt den Raum in den Weg. Was ist denn ein markanter Punkt? Wir hatten hier Bewegung und wir hatten dann entsprechend eine Korrektur und dann hier unten die Trendfortsetzung. Das heißt hier, wups, wird der Stopp da hingelegt. So, jetzt kommt es halt darauf an. Das Ding ist jetzt weit in seiner Bewegung. Wir sind erst mal schon aus dem Risiko raus. Ist schon mal schön. Und wenn wir kein Gewinnziel reingelegt haben, sondern wir sagen, wir wollen so lange traden, bis der Markt bricht, dann müssen sie jetzt halt jetzt hätte ich fast das Falsche gesagt, dann müssen sie halt die Geduld haben, an dieser Stelle diesen Rücklauf abzuwarten. Und ja, wenn sie lange trends beitraden wollen, dann kommen sie nicht drum rum, zu sagen, wenn das Ding jetzt weit zurückläuft, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und im blödesten Falle halt das alles hergeben und mich ausstoppen lassen. Nur so kommen sie in die Gelegenheit, auch mal wirklich richtig lange, lange Schübe zu traden. Ich habe das selber bei mir gesehen, im Euro-US-Dollar. Den Trade, den habe ich gemacht. Ich bin bei 1, knapp unter 37 short gegangen. und es war schon manchmal nicht so einfach, den Trade bis zum Ende durchzulaufen. Ich habe zwischendurch auch immer mal wieder getradet. Bei 1,06 bin ich, habe ich die Gesamtposition aufgelöst, erst mal die Gewinne dort mitgenommen. Das war eine verdammt lange Zeit. Es war auch nicht der Tiefpunkt, aber jetzt stehen wir auch deutlich wieder höher. Ich bin im US-Dollar mittelfristig auch wieder in die Short-Position gegangen. Sie sehen, da gibt es einfach Sachen, wie sieht das Ganze denn aus? Wo möchte man hin? Das Ganze auch zum Traden benutzen und die Frage wirklich zu stellen. Und da braucht man halt, wenn man sagen will, wir wollen den Trend lange traden, halt auch die Ruhe, um zu sagen, okay, Rückläufe gehören dazu. Und wenn dieser Trend weiterlaufen wird, dann führt das halt dazu, dass ein Rücklauf kommt, aber der bleibt stark und fällt nach unten. Und das sind die Dinge, wo ich sage, da braucht es die Ruhe, um das Ganze hier entsprechend mit am Markt auch durchzuhalten, beziehungsweise durchzuziehen. Eine weitere Möglichkeit zu sagen, mit dem Stopp-Nachzug, wir richten uns beispielsweise auch nach gleitenden Durchschnitten. Die können wir ja hier relativ einfach in den Markt mit reinlaufen lassen. Ich gucke mal, ob ich es hinkriege, aber ich befürchte fast, dass dieses entsprechende Fenster mir hier fehlt. Moving Average, ja, jetzt, das geht hier. Ich nehme jetzt mal beispielsweise ein 20er Moving Average. da können wir einfach sagen, okay, wenn der Markt da drüber läuft, dann fliegen wir raus. Punkt. Ja, wer das Ganze etwas enger ziehen will, der nutzt beispielsweise hier ein MA20. Das heißt, machen wir hier, Eigenschaften vom Indikator, der nimmt nicht den 20er, sondern beispielsweise ein 8er. Und da sehen Sie, sie fliegen viel, viel früher raus. Ja, sie werden entsprechend, sozusagen, jetzt hier schon aus dem Trade rausgeflogen. Einfach, weil der Markt viel, viel enger abgesichert wird. Und das ist jetzt ein Fakt, da habe ich einfach die Bitte zu sagen, gut, jetzt schauen Sie bitte, dass das Ganze zu Ihnen passt, zu Ihrem Risikomanagement passt und Sie nicht immer rausfliegen, wenn Sie eigentlich noch gar nicht rausfliegen wollen. Das ist auch von der Marktphase abhängig. Muss man mal schauen, was dort an dieser Regel läuft. Also die Trailingstops beispielsweise mittels gleitender Durchschnitte an dieser Stelle machen. Das ist eine gute Möglichkeit, hier an dieser Stelle auch reinzukommen, bin die Risiko. Oder aber, Sie machen es, wenn Sie es sehr eng auch haben wollen, mittels Bar bei Bar, innerhalb der gleichen Zeiteinheit. Das heißt, Bar bei Bar, was bedeutet denn das? Dass Sie nach dem Einstieg, sozusagen, die Stopps immer, auf die Kerzen tiefst nach, das heißt, Sie sind hier reingeschoben, erster Stopp war hier oben. So, jetzt ging es nach unten, an dieser Stelle. Wenn diese Kerze vorbei war, hier haben wir Innenstäbe gehabt, die ignorieren wir. Das heißt, wir konnten sozusagen, den ersten Stopp hatten wir hier oben gehabt. Hier gab es das Initiale an dieser Stelle. Die Kerze war um. Ja, da bleibt der Stopp jetzt hier entsprechend stehen. So, dann die nächste Kerze sind Innenkerzen. Da wird nichts nachgezogen. Jetzt lief es tiefer. Da konnten wir entsprechend hier hin nachziehen, an dieser Stelle. danach ging es entsprechend wieder nach unten. Hier hatten wir wieder eine Inside Bar. Das war wieder so, wie es gewesen ist. Jetzt ging es weiter nach unten. Das heißt, wir konnten hier dann entsprechend auf das nächste Hoch nachziehen. Hier an dieser Stelle. Die nächste Kerze lief auch wieder deutlich nach unten. Das heißt, hier Nachzug auf das Tief. Entsprechend dieser Kerze. dann ging es wieder nach unten. Entsprechend das Ganze liegen lassen. Dann wurde nicht nachgezogen, weil die Stopps ja nicht weitergelaufen sind. So, jetzt laufen wir hier so Stück für Stück nach unten. Das heißt, das war alles so getingelt, getingelt, getingelt. Das konnte man dann entsprechend hier hin, an dieser Stelle nachziehen. Dann lief es deutlich runter. Dann wieder Inside Kerze, Inside Kerze. Jetzt hatten wir eine, die raus war. Das heißt, wir können dann entsprechend hier hin nachziehen. Das heißt, hier das Thema Bar bei Bar. Das berücksichtigt auch so ein bisschen das Thema der Volatilitäten, was hier in diesem Bereich läuft. Diese hohen Spikes, die sind natürlich immer ein bisschen doof, hier zu sehen. Diese Kerzen sind nicht zum Nachzug geeignet. Das heißt, hier momentan können wir dann auf dieses, auf diese Marke nachziehen, beziehungsweise hier, das sind dann weite Kerzen, hier an dieser Stelle entsprechend hier hin, das Ganze zu legen und das Ganze zu beobachten. Wenn die nächste Kerze jetzt unten drunter schließt, dann würde ich sozusagen hier erst einmal auf das hoch rausgehen. Das sind auch alles Inside Bars. Aber wenn die Kerzen zu groß werden, muss man sich Zwischenregelungen entsprechend mit aussuchen, wo es reingeht. Und dann sehen Sie, ziehen wir immer näher ran. Und irgendwann knallt das Ding nach oben weg und bumm, ist es fertig gewesen. Also Sie sehen, es muss auf dem Markt ausgerichtet sein und immer auch mit der Frage vorher beantwortet sein, was genau Sie traden wollen. Und dann können Sie entsprechend die Stops dazu nutzen, für Ihr Trading das Ganze zu optimieren. Das heißt, im Optimalfall sorgen die Stops dafür, dass Sie Gewinne laufen lassen können, dass Sie Risiken kontrollieren und dass Sie emotional ruhig bleiben. Das ist der Wichtigste. Und diese emotionale Ruhe gibt Ihnen dann auch die Möglichkeit, während des Tradings auch mal nicht immer nur am Chart zu kleben, sondern sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen, die Sie rund um Ihr Trading auch noch bleiben. Stops gehören zu jeder Handelsstrategie. Und wenn Sie die clever verwenden, dann haben Sie zum einen beispielsweise die Situation, dass Ihr Portfolio in Shortdown-Phasen geschützt wird, einfach weil Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und zum anderen in Gewinnphasen die Renditen optimieren, einfach weil Sie nicht zu früh rausfliegen. Das zum Thema Arbeit mit Stops. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Ich hoffe, Sie konnten einiges für Ihr Trading mitnehmen und wünsche Ihnen an dieser Stelle immer gute Trades.